H zu dem E, zu dem Doppel XIT, Minecraft Hexit, O-M-G, alter voll der fette Rap. Ist mir quasi so spontan eingefallen. Nö, schon cool. Danke. Ihr könnt diesen Song jetzt auf iTunes und Amazon bestellen. Was geht der Shitdinger? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hexel! Öh, hallo Spinne. Hör mal, können die beiden Spinnen jetzt mal aufhören, aggressiv auf mich zu sein? Ich will die einfach mal ganz kurz ein bisschen weglocken, weil... Genau, jetzt ist nämlich Tag. Ja, ich hab grad gar keine Waffen im Inventar, weil ich alles... Ne, weil ich die Kisten sortiere. Moment, ich töte jeden. H zu dem E, zu dem Doppel XIT, Minecraft Hexit, O-M-G, alter voll der fette Rap. Ist mir grad so spontan eingefallen. Nö, schon cool. Danke. Ihr könnt diesen Song jetzt auf iTunes und Amazon bestellen. Okay. Jetzt gerade. Jetzt, in diesem Moment, aber nur für die nächsten 10 Sekunden. So, und jetzt kommt hier alles raus, was wir echt nicht erstmal brauchen. Okay. Also so gar nicht und das schmeiß ich dann sofort weg. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Moin. Ne, what? Wer braucht denn ne Kack-Uhr? Mein Gott. Wir wissen doch, wie spät's ist. In Chokopedia, da reicht's, wenn wir eins haben. Dieses eine tue ich jetzt mal hier in diese Kiste. Ne, es reicht, wenn wir zwei haben. Da ist noch ein zweites. So. Okay. Was brauchen wir noch nicht? Die Kiste ist komplett leer. Also das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Einmal Bohnenmehl brauchen wir gerade nicht. Eine Schokodingsfeder brauchen wir gerade nicht. Schokodingsfeder. Schokodingsfeder. Ein Eisenschwert brauchen wir auch nicht. Genauso wie ein Steinschwert. Und die anderen Schokopäder. Genauso wie die Barley Seeds und die Sunflower Seeds. Genauso wie die Mystic Seeds. Und dieses Shiny Bobble. Ich weiß immer noch nicht, was man da machen kann. Ich tue es jetzt einfach weg. Was von den Mimics? Ja, keine Ahnung. Für Tränke. Für Tränke? Ach ja, stimmt. Ja, dann hebe ich es erstmal auf. Auch wenn wir es wahrscheinlich nicht so oft benutzen werden. Jetzt mache ich hier mal kurz ein Kackloch. Wir haben richtig viel Clay. So, bis auf die Spitze kommt da jetzt erstmal alles rein. So, perfekt. Theoretisch. Theoretisch. So, men. Welche Kisten habe ich jetzt schon durchgeguckt? In der war ich schon. In der war ich auch gerade. Genauso wie wir davon keine zwei Stück brauchen. Niemals, falls wir überhaupt eine brauchen. Okay. Dann zwei Kompasse. Braucht kein Schwein. Das eine Stück Seed auch nicht. Die auch nicht. Eine Workbench. Zwei Kompasse, Junge. Auch nicht. Zwei Kompasse. Das Ei kann man gebrauchen. Wenn man mal einen Kuchen machen will. So, die Kiste ist leer. Die ist auch leer. Goldschwerter WTF. Braucht kein Mensch. Gib mir doch den Sand. Chocofedia. Kann ich einfach meine Sachen, die ich gerade im Inventar irgendwo rein tun? Ja, hier in die Dingskisten. Pack es ganz oben rein. Okay, Moment. Welche habe ich jetzt schon durchgeguckt? Die hier. Das brauchen wir nicht. Ich meine, immer so einzelne Blöcke würde ich ja auch gerne wegschmeißen. Aber die kommen ja später dann zu den anderen Blöcken dazu. Die Rüstung ist fast down. Hier ist zum Beispiel der Crystal-Bauer. Der ist schon halb angeschlagen. Aber den kann man ja repairen. Come on. Come on. Was für Sache. Ne? Viel Crap da unten drin liegt, Alter. So. Jetzt alles Angeschlagene kommt weg. Die Armandrüstung, die komplett angeschlagen ist, kommt weg. Das Iron Big Sword kommt weg. Rauschen. Ja, rauchen. Du hörst rauschen? Ja. Ja, ich höre das auch ein bisschen. Aber von meinem Handy? Ja. BTF, ich höre das gar nicht. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist dieses Funk-Störgeräusch-Ding. Aber ich höre das gerade nicht. Also dürftest du es eigentlich auch nicht hören. Ja, dann bilde ich es mir ein. Ne, wenn du es hörst, ist es mir egal. Solange man es sich in der Aufnahme hört. Was ist das denn? Poison Droplet? Die Japs habe ich noch nie gesehen. Von, äh, Lizardman. Lizardman. Von Lizardman. Du hast die Musik von Simon geklaut. So. Alter, ne, die ich keinen Hintergrund anhabe. Ja. Genau die. Die du nicht hörst. Ja, eben. Alter, so viel Müll. Was ist denn Book and Quill? Warum haben wir davon vier Stück? Reicht da eins? Ja, das ist von dem Troll, natürlich. Keine Ahnung. Dann reicht da eins von Locker. Lockheisi. Oh, Alter, gleich kommt wird das Ding nochmal voll. Okay, jetzt pass mal auf hier. Oh, guck an das. Nein! Egal, meine Spitzhacke weggeworfen. Ne, ist eigentlich nicht egal. Nochmal reingejumpt? Ja, muss ich jetzt wirklich. Hast du das ganze Steak? Äh, guck mal in die Diamantkiste. Die hinten bei unseren Wettern steht. Da habe ich das ganze Essen erstmal reingetan, weil ich keinen Platz dafür hatte. So, wo ist jetzt meine Spitzhacke? Was soll ich denn machen jetzt? Da! Das ist meine Spitzhacke, ich hoffe es. Das ist aber eine ganz schön schlechte, muss ich sagen. Äh, weißt du, was ich mache? Wo soll ich das machen? Doch, ich hole mir schon mal ein paar Nequatic Bones. Okay. Für die Herzkanister. Wir wollen nämlich mehr leben. Mehr leben. Mehr leben. Okay, gut jetzt. Was? Erstmal Biomasse machen. Kannst du ja gerne machen. Bist du ja der Spezialist dafür. Ach so, Alter. Ja, wir haben uns ein bisschen, äh, jetzt mal neben dem Projekt so mit Schmieden und mit, äh, Living Metal und Biomasse, beziehungsweise Justin hat sich um Living Metal und Biomasse gekümmert. Ich habe mich um die Schmiede gekümmert. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe auch die Mobfalle gebaut. Haben wir aber jetzt wenigstens eine gute, die klappt. Die müssen wir halt noch hier umsetzen. Okay. Ah ne, hier ist noch Mist. Sei einfach leise mit dem Scheiß. Ach so, ich habe hier gerade irgendwo ein Feuerzeug gesehen. Damit werde ich dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Ja, das ist halt blöd, ne? Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Feuerzeug hin ist. Ich mache mir jetzt einfach eben eins. Ich habe noch keine Ahnung, was man mit Kobalt macht. Hey. Ja, so Sachen halt. Ach so, hm. Bin ich da nicht drauf gekommen. Ja, weil du blöd bist. So. Ey. Sag jetzt bitte nicht, ich habe wieder meine Spielzeuge weggeschmissen. Nein, habe ich nicht. Schade. Ja. Zack. Oh, und alle Items weg. Hätte mein Portal irgendwie ein bisschen markieren sollen. Hättest du machen können. Ja, das wird doch wieder nichts machen. Ich stehe voll unter Zeitdruck. Jetzt darf ich drei Folgen mit Sortieren verschwenden. Fickt euch. Nein, danke. So, jetzt kommt erstmal das ganze Waffenzeug. Kommt jetzt erstmal alles raus. Hast du ganz kurz Zeit, mich aus der Hölle abzuholen? Nein, kann ich gerade echt nicht. Du. Rüstung und Waffen kommen erstmal jetzt alle in eine Kiste. Nein, die Stäbe sind keine Waffen. Deswegen kommen die nicht dazu. Wo bist du scheiß Gast? Nee, Schilder kommen da jetzt nicht rein. Erstmal Rüstung und Waffen. Bögen und Schilder bekommen eine extra Kiste. So, das kommt jetzt erstmal. Okay, warte. Nee, warte. Hier kommen alle Werkzeuge und Waffen rein. Okay, dann muss ich das mal ganz kurz hier rausschmeißen und in so eine Sortierkiste reintun. Das da rein, das da rein, das da rein, das da raus. Das da rein, das da rein, das da rein. Oh, Alter. Und das den Stöpferst? Nee, diese Scheißspinne aus dem Netermann. Ja, die ist groß und eklig, ich weiß. Oh, die. Pssst, keine bösen Wörter. So. Fick. Ey, das muss ich jetzt zensieren. Ja, noch nö. Alter. Okay, da kommen also die ganzen Waffen rein. Hier unten kommen dann Bögen und Schilder rein. Bögen und Schilder. Das ist erstmal so eine Schmeißkiste hier. Phoenix Feder kommt hier erstmal raus. Schmeißkiste? Habe ich da eben schon gesagt. Schmalz, Schmeißkiste. Ach, Schmalz. Schmalz, Junge. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Das sieht doch jetzt alles schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen sortierter als vorher. Langsam kann ich auch sagen, dass ich es geschafft habe, ein wenig zu sortieren. Krass. So, hier kommen die ganzen Sachen rein. Danke, danke. Gib dich, Dom. Rüstung. Mieser Playboy. Oho. Fingere geschmeichelt, du. Zwei Steine, äh, Eisenschüller, die braucht eigentlich auch kein Mensch, aber erstmal reintun. Moonlight. Hm, ja. Kommt hier rein, genauso wie die Axt. Hey, du lebst noch? Hey, du hier auch. Hey, du lebst noch? Hey, du hier auch? Red halt mit dir selber und anderen Menschen. Ja, ich hab mit dem Blaise geredet. Ja, okay. Hey, ist okay. Alles super. Ich glaube, ich tu die Stäbe da jetzt erstmal doch rein. Obwohl, ne, ne, die Klasse ist. Die kommt zu den Nissenzen rein. Die kommt zu den Nissenzen rein. Diamond. Digga. Oh, oh. Schild. Schild. Oh, oh. Hookshot. Ne, der kommt da auch nicht rein. Okay, also. Rüstungsteile. Rüstungsteile, Rüstungsteile, Rüstungsteile. Schilder und Bögen. Und der Rest. What the fuck? Alter, hä? Oder sollen Werkzeuge... Ich glaube, Werkzeuge bekommen nochmal eine extra Kiste. Und zwar die hier am besten. Brauchen eh mehr Kisten später. Ja, Werkzeuge bekommen auf jeden Fall eine extra Kiste. Erstmal so. Alter, was ist mit der Musik gerade? Ich muss echt mal das Lied ändern. Das war gerade ziemlich creepy. Ich kann erinnern, was das für ein Lied war. Egal. Einfach nicht drauf achten. Aber das war creepy. Ja, das war creepy, ja. Okay. So, jetzt. Ah, hier ist noch Schilder. Bistole. Das war echt nicht. Was weiß ich nicht. Das eklatste Geräusch. Also, wir haben schon zwei Living Metal Sachen, ne? Nämlich? Schuhe und... Von der Rüstung, oder was? No, Schuhe und Helm. Also, wir müssen nicht so viel machen. Ja, aber... Das wollen wir doch eh nicht machen hier, oder? Mal gucken. Aber wir sagen noch nicht was, wenn wir es machen. Also, wir sagen einfach nicht was und vielleicht machen wir es. Mal gucken. Wenn wir irgendwann nichts mehr zu tun haben, könnte man das... Ich glaube, das ist ein Exit fast unmöglich, oder? Ja, gut, hast auch recht, aber, ne? Man weiß ja nie. Kann man ja so zwischendurch machen, wenn man es sowieso findet. Eben. So, zwei Kettenbrustpanzer brauche ich nicht. Ich kann... Ich tue die jetzt einfach... Raus, raus. Ich habe das vorhin noch auch alles weggeschmissen. Hier. Na gut, ich habe komplette Diamantssachen weggeschmissen. Vielleicht hätte ich eine Rüstung behalten. Ne, komm, YOLO. YOLO. Schmeißloch. Sind hier denn so viele Wizard-Skelette, ey? Richtig gut. Ah, ja, perfekt. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das, 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 das. Nochmal her. Okay, Werkzeuge. Bruder, komm her. Nein, Bruder! Oh, fuck. Da kommen Werkzeuge hin. Habe ich jetzt alles durch. Das habe ich auf... Ah, hier fehlt noch was. Und das und das. Da sind noch Sachen drin. Ei, 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 ei. Alter. Jetzt bekomme ich aber viele Neck-Vote bei uns. So, hier noch Sachen drin. Fragezeichen. Gerade keine, die ich sehe. Doch hier. Da. Zack, 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 zack. Okay. So, hier unten Bögen und Schilder. Kein Schild dabei läuft. Hier oben komische Waffen. Du mal, eine Quelle hat mir erzählt, dass es bei dir läuft. Bei mir läuft er aber richtig. Quatsch. Na. So. Okay. Dann hätten wir das schon mal fertig. Zumindest so halbwegs. Machen wir hier mal so eine kleine Ordnung rein. Hier auch. Hier auch. Hier natürlich auch. Und da auch. So. Das ist jetzt hier raus. Hier rein. Ich weiß gar nicht. Ich mach einfach so. Ich mach einfach 20 Neckotic Bounds fertig. Dann haben wir das schon mal gepackt. Okay. Das heißt, jetzt kann ich schon mal gucken, ob wir noch Schilder haben. Stimmt auch irgendwo Schilder. Da sind zwei Schilder. Vielleicht machst du einfach so wie, äh, Dings. In einem Amor-Stand und dann davor halt die Kiste. Da tust du dann die Rüstung rein. Äh, ich wäre... Ne, ich hab doch auch andere Sachen. Da könnte ich ja schlechten Amor-Stand machen. Ja, gut. So, Erze kommen da hin. Das sind Waffen. Und rechts kommen Werkzeuge. Waffen. Werkzeuge. Okay. Ach, ich überlege gerade. Das sollten eigentlich nur Waffen sein. Das ist ein Werkzeug. Vielleicht kommt dann so... Zeug wie... Hm... Ne, das kommt raus. Das kommt raus. Äh, eine Frage zwischendurch. Kann man in der Hölle einen Spiegel setzen? Nein. Fuck. Riftplates sind auch keine Waffen. Oh, Mann. Das heißt, ich tue das jetzt hier rüber. Oh, fuck. Das passt nicht. Ach, Mann. Zu viel, da zu wenig Platz. Das ist doch traurig. Da habe ich gerade angefangen, einen Grobsteil zu sortieren. Und dann sowas. So, dann kommt der ganze Mist hier rein. Okay. Da kommt Ausrüstung. Das heißt, ich brauche noch ein Schild. Ich brauche ein bisschen Holz und ein paar Sticks. Und wir sind echt schon wieder bei 15 Minuten, Alter. Und ich sitze wirklich hier und sortiere Kissen. Du sagst, du machst richtig viel. Richtig viel. Es muss gemacht werden. Ich kann nichts dafür. Und rechts kommt dann, ähm, ja, wie sagt man zu Sachen wie so Soul Reaper und den ganzen Mist da? Was soll ich denn dazu sagen als Fachbegriff? Weil Schwert... Weil Schwert... Mop... Drop... Mop Waffen. Oder... Nee, nee, äh... Andere Waffen. Weil... Also das sind halt keine richtigen Waffen, sondern die richtigen Waffen sind halt die Schwerter. Und die sind halt in einer Kiste jetzt, ja. Und so Sachen wie Riftplate und so, das sind ja keine Waffe an sich. Okay. Gut. Aber es ist auch kein Mob Drop. Ah ja, da ist... Nee, ist es nicht. Nicht... Also es ist zwar Mob Drop ein bisschen, aber, äh, nicht ganz komplett direkt. So, weißt du, was ich meine, ne? Arnos. Kisten. Dings. Kisten Drop. So, das kann erstmal hier wieder rein. Okay. Dann kommt das hier alles raus. Und da unten sind, äh, Bögen. Bögen und Bögen plus Schilder. Bögen plus Schilder. Na, dann schreibe ich jetzt einfach in Bogen und Schild. Und dann kommt rechts daneben, neben Bogen und Schild. Sonstiges oder so. Ähm. Ne, ich mach nochmal ne Kiste für Ausrüstung, weil das... Für Ausrüstung an sich. Erstmal so grob. Okay. Super. So. Jetzt sind die ganzen Kisten schon belegt. Ich fand da richtig spannende Folge. Ja, nicht nur eine, du. Alter. Ne, komm, ich muss das wegmachen. Sagst du, da kommt noch ne dritte Folge da mit? Wahrscheinlich, muss ja. Bleibt ja nicht viel übrig, ne? Sexy. Bogen und Schild. Und daneben kommt jetzt erstmal Sonstiges. Und Sonstiges 2 kommt dann auch noch irgendwo hin. So. Und jetzt kommt hier oben hin... Pflanzliches und Tierisches. Und... Obwohl, ne, warte, wir machen es anders. Pflanzen und Tier. Ach, Quatsch. Dann mach ich dieses und. Tier. Mobdrop. So, weil... Mobdrop wird viel sein und Pflanzen und Tier nicht so viel. So, Pflanzen. Können wir erstmal so grob reinsortieren. Und Tiere. Eier, Chocobo, Potato. Vielleicht machen wir eine Kiste noch für Essen an sich dann. Okay. Jo, was denn? Du hast Eier gesagt. Oh, wie süß. Okay, die Kisten an sich sind schon mal fertig. Okay, Pflanzen und Tier. Und Mobjob. So, dann kommt hier unten hin. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Dreck. Und... Dreck und was noch? Kies kommt da rüber. Sand und... A.Blöcke. A.Blöcke steht übrigens für andere Blöcke. Aber ich kann es jetzt echt nicht abkürzen. So, dann kommt Holz, Stein, dafür kommt dann alles rein. Oh, verlässt mit der Wein. Und holziges, steiniges, holz und schräg schräg steiniges. Kommt rüber. Und dann kommt da noch hin, äh, sonstiges zwei. Okay, dann hätten wir schon mal die Kisten an sich beschriftet. Das ist schön. Aber nicht alle einsortiert. Aber schon mal vieles. Noch hat ein Flash. Wollte ich noch eine für essen. Ich mach jetzt erstmal noch eine für essen. Moment. Holz, schräg, 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 steiniges. Und essen. Wunderschön. Ja. Super, toll. Ach, mein Gott. Das ist richtig traurig gerade. Was ist los? Ja, zu viel Zeug. Einfach zu viel Zeug. Och, do, Mann. Ja, ja. So. Das hier schnell rein noch. Und so traurig es ist, da wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hab mal wieder so viel geschafft. Ja, man glaubt es gar nicht. 20 Minuten sind schon wieder rum. Richtig krass. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.